Okay, auf jeden Fall dieser Alarm da hinten, wenn ich ihn ausschalte, dann war's das doch, ne? Wo ist der andere? Ähm... Da ist noch ein Dicker, der patrouilliert. Was weiß ich, ich hocke mich mal hin, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, warte. Der Dick ist jetzt direkt unter uns, ich sitze anders jetzt übrigens, wenn's interessiert. Tja, jetzt muss ich irgendwie da hinten rüber. Hm. Ihn auszuschalten macht keinen Sinn, oder? Das ist ein... Wo läuft er denn hin? Oder kann ich den Alarm doch von hier aus ausknipsen? Ich probier's mal. Hat, glaub ich, keiner gehört da hinten. Ist das ein Dicker? Da steht er. Wenn ich jetzt noch den dritten Alarm hinkriegen würde. Aber wo ist der denn zum Teufel? Da. Alle Alarme deaktiviert. So, weißt du, was wir jetzt machen? Äh, hallo? So. Erstmal... Die Verstärkung ist so gut wie da. Der goldene Pfad steht dir zur Seite. Dankeschön, danke. Ich brauch echt ein bisschen Ablenkung. Sehr gut. Da kommt die nächste Katze. Und. Geschafft. Ah ja, irgendwie ging's dann ja doch, ne? Ach, jetzt kriegen wir auch noch Quests hier, oder? Was? Kriegen jetzt Quests hier? Oh, Tatsache. Äh, was denn für eine Quest? Und wo geht's denn hier rein? Da geht's rein. Warte mal, hier ist auch noch ein Plakat. Wenn das schon so geschenkt da in der Ecke rumhängt. Äh, wo war denn das? War das hier? Da. Weg damit. Klatsch. Äh, du brauchst mir jetzt nicht mehr hinterherlaufen. Wir haben's eingenommen, Junge. Ich dachte, niemand würde mir helfen. Doch, doch. Da, das kriegen wir hin. Eben mal alles nachfüllen. Dankeschön. Ähm, soll ich jetzt den Bogen... Ich ne, ich nehm wieder den Bogen, ne? Raketenwerfer bei einer Sneak-and-Peak-Mission, weil das ist ja schon wieder bestimmt hier so ein, ähm... Äh, Geiselbefreiungs-Ding ist, glaube ich, da echt nicht so gut. Oh, zack. Ich würde mal sagen, mit einem Raketenwerfer kann man jetzt nicht so präzise, äh, Angriffe machen. Ich mache keinen Ärger. Lass mich einfach gehen. Im Süden gibt es eine Höhle, in der früher Gold abgebaut wurde. Jetzt wird sie als Gefängnis genutzt. Die königliche Garde lässt die Geiseln gerade so überleben, um das Lösegeld zu kassieren und die Familien zu demoralisieren. Die Armee steckt die Gefangenen in Lager. Ne. Wo sie sie töten, zu Huren machen oder nach Durgesch schicken. Red nicht weiter, ich rette sie. Durgesch. Machen wir, ne? Das machen wir noch. Oh. Wir haben ein Büffelproblem in der Stadt, Leute. Aha. Sind denn hier noch andere Quests? Nö, das ist die einzige, wie es aussieht. Na gut, okay. Ähm... Wir nehmen mal hier die Kaschemme hier, ne? Äh, äh, aus. Hallo? Ich kann das Radio nicht ausmachen. Oder? Ist aus? Ist aus, ne? Kann man halt ein bisschen später. Naja. So, da sind wir an der Höhle. Ähm... Gut. Wir haben vier Geiseln hier. Vier Geiseln, aber bestimmt umso mehr Wachen. Da war auch schon eine. Oh, guck mal. Ähm... Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir müssen wahrscheinlich in die Höhle rein. Hier ist eine grüne Pflanze. Was ist hier? Nix. Grünes Blatt. Und hier ist auch noch ein grünes Blatt. Ich hoffe, der modzt jetzt nicht rum, wegen, äh... Begrenzung. Wo ist denn das? Da. Gut. Heilspritzer automatisch hergest... Nein! Oh, das war knapp. Sind das zwei? Das sind zwei. Äh... Wie krieg ich die denn jetzt erledigt? Ich könnte natürlich das Fass da in die Luft jagen. Aber ich befürchte, dann erschießen die da drin die Geiseln, oder? Geht das mit dem Bogen? Ja, ja... Feuert weiter! Scheiße! Nein, 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 nein! Gescheitert. Na geil. Das ist eine super Aufnahme. Eine super Aufnahme. Ich glaube, langsam, es bleibt mir nix anderes übrig, als... Ist er tot? Ja. Es bleibt mir nix anderes übrig, als hier, ähm... Einfach reinzustürmen. Alter, guck mal, guck mal, guck mal, wie schnell! Ja, ja, kannst du ruhig rausgeflitzt kommen, hier. Wie schnell aber auch. Was soll denn das? Oder ich mach generell irgendwas falsch, warte mal. Ist hier vielleicht noch ein zweiter Eingang oder so. Oh, warte mal. Ja, das ist ja ein bisschen tricky. Ja, ja... Nee, eigentlich... Hallo? Ich will keinen Haken lösen. Ich will... Ah, ja. Ich will da rüber. Wow. Was zum... Ich will da... Was hat der denn? Fuck, 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 fuck. Okay, okay, okay. Ähm... Das war echt, äh, rumgehampelt ohne Ende. Entschuldigung für diesen Fauxpas. Ja. So, jetzt müssen wir den wahrscheinlich erstmal ausschalten. Und dann muss ich, äh, da rüber. Das kriegen die natürlich überhaupt nicht mit. Dann muss ich da rüber. Dann hier rum. Alter, das gibt's doch nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Aber das krieg ich hin, das krieg ich hin. Keine Sorge. Ah. So, mit dem bin ich ja schon recht geübt. Das kann ich dir nicht einfach von hier irgendwie sofort? Ich seh aber auch nix hier. Gott sei Dank. Okay, jetzt vorsichtig. Ja, mach die Taschenlampe an. Okay, krieg ich hier irgendwie mal einen Überblick über die, die hier sind. Da sind zwei. Ähm. Ähm. Da ist auch einer. Sind das nur die drei hier? Habe ich's? Oh. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir die alle... Ich kann doch nirgendwo mehr hin. Ach. Warum zu jammern? Vier Stück müssen es sein. Das war einer. Hier ist der zwei. Ich bin frei. Warum binden die dich denn neben eine Zelle? Mir ist alles egal. Meine Familie ist tot. Ja, dann häng dich halt wieder dahin, Typ. Hier. Nein, nein. Das ist doch wieder so ein Trick. Ich weiß nicht. Nein, das ist kein Trick. Und ich glaube inzwischen, hier gibt es noch... Hilfe! Hilfe! Hier gibt es noch einen zweiten. Na toll. Hilfe! Hilfe! Hier gab es echt noch einen zweiten Eingang. Wir hätten von hier oben reingekonnt. Egal. Wir haben es auch so jetzt geschafft und... Ja. Klatsch. Da sind wir wieder. Gut. Okay. Wie gesagt, es sollte eine kurze Aufnahme werden. Damit wir hier auch mal ein bisschen weiterkommen. Und in der nächsten Aufnahme, jetzt wo das mit dem Spielschrank geklappt hat, wir haben hier halt noch zwei Türme, drei Posten. Äh, die Festung von Pagan Min, die geschwächt ist und ein Shangri-La-Tanker. Und das machen wir dann, ne? Bis dahin sage ich mal ganz kurz und knapp jetzt. Tschüss! Tschüss! Tschüss.